Ich bin Theo. In der Schule bin ich nicht sehr beliebt. Na Spaghetti? Axt vorm Wasser? Und Action! Das ist Bonav, mein bester Freund. Und das ist Lora, die Klassenrebellin. Was ist dort unten? Dort unten? Das ist kein Ort für Kinder. Eines Tages habe ich in einem mysteriösen Zauberbuch die Anleitung für einen Unsichtbarkeitsring entdeckt. Agenor Okondias. Ich bin hunderte von Kilometern gefahren, also werden sie es mir wiederfinden. Stell dir vor, es funktioniert. Wir müssen die Zutaten besorgen. Flüssiges Quecksilber, top frischer Taubenkot, top... Öh, ist das eklig. Oh Gott! Wow! 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 So haben wir den Zauberer Akondias kennengelernt und seinen Assistenten Papus. Thermische Sicht? Okay. Röntgenstrahlen? Okay, wie habt ihr das gemacht? Ich kann nichts sehen. Mach mal was Verrücktes. Los, jongliere. Exzellent! Kleines Lifting. Das ist total ätzend. Weißt du, wie der unsichtbare Mann endet? Schieb mir den Ring! Sie hat mir den Ring geklaut. Was? Ich steck fest. Ich kann nicht mehr sichtbar werden. Trink das. Wie werde ich jetzt wieder sichtbar? Das ist nicht möglich. Uns bleiben zwei Tage, sechs Stunden und siebzehn Minuten. Ihr kümmert euch um den Ring. Und ich um den Tracker. Du bist gerade dabei, komplett zu verschwinden. Link! Link! Mir ist so eine Mission noch nie misslungen. Hatten Sie schon viele? Keine einzige.